Trauweg Abzweigung zur Trau Wiesenweg parallel zum Uferweg Und jetzt Der Trau-Uferweg Der Trauweg Gleich nach der Brücke rechts in den Trau-Radweg Auffahrt über Görtschach Blick auf die Lienzer-Tolomiten Blick auf die Lienzer-Tolomiten Umrundung des kalten Mösel Der südliche Frühaufbach Blick zurück auf das Anna-Schutzhaus Links wäre der Abstieg ins Hölltal Gerade Weg auf den Ederplan Blick auf die Lienzer-Tolomiten Entlang der Absperrung auf den Ederplan Oder Gipfelkreuz am Ederplan Hier gebe es einen Wanderweg auf die Kreuzeckgruppe Blick nach Kärnten ins Mölltal Am Umkehrpunkt eine Rastmöglichkeit mit Blick auf die Lienzer Dolomiten Abzweigung zum Weg zur Ederalm Der stehle Karrenweg zur Ederalm Der stehle Karrenweg zur Ederalm Links hinunter zur Ederalm Der stehle Karrenweg zur Ederalm Der nördliche Frühaufbach Abfahrt nach Stronach Blick nach links Bis zu den Stronacher Erdpyramiden Abfahrt nach Stronach Abfahrt nach Stronach Straubrücke Nach der Brücke den zweiten Weg rechts nehmen Abfahrt nach Stronach 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 Einmündung in die Hauptstraße Untertitelung des ZDF, 2020